Sicher und legal spielen – Ihr Leitfaden für legale Online-Pasinos in der Schweiz Die Schweiz, bekannt für ihre malerischen Landschaften und ihre Präzisionsuhrwerke, hat sich auch in der Welt der Online-Glücksspiele einen Namen gemacht. Inmitten der aufregenden Welt des Internets haben legale Online-Pasinos in der Schweiz eine sichere und regulierte Umgebung geschaffen, in der Enthusiasten ihr Glück versuchen können. Die Wichtigkeit der Legalität beim Online-Glücksspiel kann nicht genug betont werden. Sie gewährleistet faire Spiele, schützt die Spieler und sorgt für eine vertrauenswürdige Spielumgebung. In diesem Kontext hat sich das legale Online-Casino Schweiz als Synonym für Sicherheit und Zuverlässigkeit etabliert, indem es den Spielern ein sorgenfreies und unterhaltsames Spielerlebnis bietet. Was macht ein Online-Casino in der Schweiz legal? Die Welt des Online-Glücksspiels ist spannend und vielfältig, doch nicht jedes Online-Casino ist gleich. In der Schweiz bestimmen klare gesetzliche Rahmenbedingungen, was ein legales Online-Casino ausmacht. Gesetzgebung für Glücksspiele in der Schweiz Die Schweizer Gesetzgebung für Glücksspiele ist streng und zielt darauf ab, Spieler vor Betrug zu schützen und Spielsucht vorzubeugen. Ein legales Online-Casino in der Schweiz muss sich strikt an diese Gesetze halten. Das Glücksspielgesetz regelt beispielsweise die Art der Spiele, die angeboten werden dürfen und die Bedingungen, unter denen diese Spiele stattfinden. Lizenzen und Regulierungen für legale Online-Casinos Für ein Online-Casino in der Schweiz ist es unerlässlich, eine Lizenz von der zuständigen Schweizer Behörde zu besitzen. Diese Lizenzen gewährleisten, dass das Casino strenge Auflagen bezüglich Fairness, Transparenz und finanzieller Sicherheit erfüllt. Ein legales Online-Casino Schweiz wird regelmäßig von den Behörden überwacht, um sicherzustellen, dass es die hohen Standards einhält. Bedeutung der Legalität für Spieler Für Spieler ist die Legalität eines Online-Casinos von größter Bedeutung. Sie garantiert, dass die Spiele fair sind, die Privatsphäre geschützt ist und Gewinne tatsächlich ausgezahlt werden. Bieler in der Schweiz sollten immer sicherstellen, dass sie nur in legalen Online-Casinos spielen. Auswahl eines legalen Online-Casinos in der Schweiz Nicht jedes Online-Casino, das Schweizer Bielern zur Verfügung steht, ist legal. Es ist wichtig, die Bräu vom Weizen zu trennen und ein Casino zu wählen, das sicher und reguliert ist. Kriterien für die Auswahl eines legalen Online-Casinos Die Auswahl eines legalen Online-Casinos Schweiz sollte auf verschiedenen Kriterien basieren. Dazu gehören eine gültige Lizenz, eine gute Auswahl an Spielen, attraktive Boni und Aktionen sowie positive Bewertungen von anderen Spielern. Technische Sicherheit und Datenschutz Ein legales Online-Casino Schweiz nimmt die technische Sicherheit und den Datenschutz seiner Spieler ernst. Es verwendet fortschrittliche Verschlüsselungstechnologien, um die Daten seiner Spiele zu schützen und sicherzustellen, dass Transaktionen sicher durchgeführt werden. Kundenservice und Unterstützung in legalen Online-Casinos Ein weiteres Merkmal eines legalen Online-Casinos in der Schweiz ist ein professioneller Kundenservice. Jeder sollte schnell und effizient Unterstützung erhalten können, sei es bei technischen Problemen, Fragen zu spielen oder anderen Anliegen. Ein gutes Support-Team ist ein Zeichen dafür, dass das Casino seine Spieler schätzt und sich um deren Wohl ergegenkümmern. Vorteile von legalen Online-Casinos in der Schweiz Das Spielen in einem legalen Online-Casino in der Schweiz bietet eine Reihe von Vorteilen, die nicht nur das Spielerlebnis verbessern, sondern auch die Sicherheit und Fairness des Spielens gewährleisten. Fairness und Spielerschutz in legalen Online-Casinos Ein zentraler Vorteil von legalen Online-Casinos in der Schweiz ist, die garantierte Fairness der Spiele. Zertifizierte Zufallsgeneratoren stellen sicher, dass jeder Spieler die gleichen Gewinnchancen hat. Darüber hinaus steht der Spielerschutz im Vordergrund mit Maßnahmen wie Einzahlungslimits und Selbstsperroptionen, um verantwortungsbewusste Spielen zu fördern. Sichere und regulierte Zahlungsmethoden Legale Online-Casinos in der Schweiz bieten eine Vielzahl sicherer und regulierter Zahlungsmethoden. Von traditionellen Banküberweisungen über Kreditkarten bis hin zu modernen E-Wallets können Spieler die Methode wählen, die ihren Anforderungen am besten entspricht. Mit der Gewissheit, dass ihre finanziellen Transaktionen geschützt sind. Verantwortungsvolles Spielen in einem legalen Online-Casino Schweiz Ein legales Online-Casino Schweiz engagiert sich stark für verantwortungsvolle Spielen. Mit Hilfsmitteln wie Selbsttest, Beratungsangeboten und Kooperationen mit Organisationen, die Spielern bei Bedarf unterstützen, wird ein sicherer und verantwortungsvoller Spielrahmen geboten. Beliebte Spiele in legalen Online-Casinos der Schweiz Die Vielzahl der Spiele ist ein entscheidender Faktor, der legale Online-Casinos in der Schweiz so attraktiv macht. Von klassischen Spielautomaten bis zu modernen Live-Casino-Erlebnissen ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Spielautomaten und ihre Varianten Spielautomaten sind das Hörtstück vieler legalen Online-Casinos in der Schweiz mit einer breiten Palette von Themen von klassischen Früchten bis hin zu aufregenden Videospielautomaten ist für jede Vorliebe etwas dabei. Progressive Jackpots bieten zusätzlich die Möglichkeit aus lebensverändernde Gewinne. Klassische Tischspiele online erleben Neben Spielautomaten bieten legale Online-Casinos in der Schweiz auch eine Vielzahl von Tischspielen an. Klassiker wie Blackjack, Roulette und Baccarat können in digitalen Versionen genossen werden, die das echte Casino-Erlebnis nachahmen. Live-Casino-Optionen in der Schweiz Die Live-Casino-Optionen in einem legalen Online-Casino Schweiz bringen die echte Casino-Atmosphäre direkt zu den Spielern nach Hause. Mit echten Dealern und interaktiven Spieloptionen fühlen sie Spieler, als wären sie direkt am Tisch in einem landbasierten Casino. Tipps für das Spielen in legalen Online-Casinos Das Spielen in einem legalen Online-Casino in der Schweiz kann nicht nur unterhaltsam, sondern auch gewinnbringend sein. Wenn man die richtigen Strategien anwendet und sein Budget sind voll verwaltet. Strategien für beliebte Casino-Spiele In legalen Online-Casinos in der Schweiz können verschiedene Strategien angewendet werden, um die Gewinnchancen bei beliebten Spielen zu erhöhen. Beispielsweise können beim Blackjack Tabellen zu optimalen Spielzügen helfen, während bei Roulette das Setzen von Außenwetten eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit verspricht. Wichtig ist jedoch, dass keine Strategie einen Gewinn garantiert und das Spielen stets verantwortungsvoll erfolgen sollte. Verwaltung des Spielerbudgets Eine solide Budgetverwaltung ist entscheidend beim Spielen in einem legalen Online-Casino in der Schweiz. Legen Sie feste Grenzen für Einzahlung und Verluste fest und halten Sie sich an diese, um nicht mehr auszugeben, als Sie sich leisten können. Es ist wichtig, Glücksspiel als Form der Unterhaltung zu sehen und nicht als Weg, um Geld zu verdienen. Nutzung von Bonusangeboten in legalen Online-Casinos Viele legale Online-Casinos in der Schweiz bieten attraktive Bonusangebote an. Sie können extra Spielguthaben oder Freispiele umfassen. Lesen Sie die Bedingungen sorgfältig durch, um zu verstehen, wie diese Angebote funktionieren und wie sie optimal genutzt werden können, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Häufig gestellte Fragen Es gibt einige Fragen, die Spieler häufig stellen, bevor sie in einem legalen Online-Casino in der Schweiz spielen. Hier sind Antworten auf einige der häufigsten Fragen. Wie erkenne ich ein legales Online-Casino in der Schweiz? Ein legales Online-Casino in der Schweiz ist an seiner Lizenzierung und Regulierung zu erkennen. Diese Informationen werden normalerweise im Fußbereich der Casino-Webseite angegeben. Zusätzlich können Sie auf der Webseite der Eidgenössischen Spielbanken-Promission nachschauen, welche Casinos eine gültige Lizenz besitzen. Sind Gewinne aus legalen Online-Casinos steuerfrei? In der Schweiz sind Gewinne aus legalen Online-Casinos in der Regel steuerfrei, solange das Casino eine Schweizer Lizenz besitzt. Es empfiehlt sich jedoch, diesbezüglich einen Steuerberater zu konsultieren, um sicherzugehen. Wie kann ich sicher sein, dass Spiele in legalen Online-Casinos fair sind? Legale Online-Casinos in der Schweiz müssen strenge Regularien einhalten, die Fairness und Zufälligkeit der Spiele gewährleisten. Dazu gehören regelmäßige Audits durch unabhängige Prüforganisationen, die sicherstellen, dass die Spiele nicht manipuliert sind und faire Gewinnchancen bieten. Spiele